Möchten Sie das Klima schützen und Ihren Geldbeutel schonen? Dann achten Sie beim Einkauf auf die Kriterien, die das Öko-Institut entwickelt hat. Geräte, die diese Kriterien erfüllen, sind energieeffizient und umweltfreundlich. Und die besten davon tragen den blauen Engel. Wussten Sie schon, dass in der Küche eine Menge an Strom eingespart werden kann? Zum Beispiel, wenn Ihr Kühlschrank schon etwas in die Jahre gekommen ist, dann könnte die Anschaffung eines Neuen sinnvoll sein. Denn die neuen Kühlschränke sind so energieeffizient, dass es sich aus Klimaschutzgründen sogar lohnen kann, ein intaktes und 5 bis 10 Jahre altes Gerät zu entsorgen und durch ein Energiespargerät zu ersetzen. Allerdings nur dann, wenn der neue Kühlschrank auf der Effizienzskala mit A3 plus gekennzeichnet ist. Im Betrieb sparen solche Geräte ein Vielfaches der Klimagase ein, die zur Herstellung nötig waren. Ein klimafreundlicher Kühlschrank ist frei von halogenorganischen Chemikalien im Kältemittel und im Dämmstoff. Damit es in der Küche ruhig bleibt, sollte das Gerät nicht lauter als 38 Dezibel sein. Machen Sie außerdem nicht den Fehler, sich ein überdimensioniertes Gerät zu kaufen. Denn Geräte mit einem großen Kühlraum benötigen natürlich auch mehr Energie. Auch mit einer neuen Geschirrspülmaschine können Sie eine Menge Strom einsparen. Der Energieverbrauch von Spülmaschinen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten halbiert und der Wasser- und Salzverbrauch ist sogar um 70 Prozent gesunken. Auch die Geschirrspülmaschine muss auf der Effizienzskala ein A3 plus erreichen, um ein Klimaschutzgerät zu sein. Umweltfreundliche Geschirrspüler benötigen pro Spülgang nicht mehr als 10 Liter Wasser. Und bei den Lärmemissionen sollte die Spülmaschine nicht lauter als 42 Dezibel sein. Wenn Sie all diese Punkte beachten, können Sie sicher sein, dass Sie ein umwelt- und klimafreundliches Gerät gefunden haben. Oder fragen Sie Ihren Händler ganz einfach nach dem blauen Engel. Geräte mit diesem Zeichen garantieren, dass all die eben aufgezählten Punkte erfüllt sind. Viel Spaß beim mit einem klimafreundlichen Einkauf.